Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten Matchmaking-Video. Hello Team. Keiner da. Ich versuche aus diesem Spiel jetzt ein ungeschnittenes Match zu machen. Das hängt ganz davon ab, wie es eben läuft. Also, wenn ich hier richtige Böcke am Start habe... Ah, habe ich sie gemutet? Ja, sie war noch gemutet. Oh mein Gott. Wenn ich richtige Böcke am Start habe und praktisch meine Laune in den Keller sinkt, dann wollt ihr das nicht sehen. Dann ist es nicht cool. Dann ist es nur noch stinklangweilig, wenn ich dann ruhig bin und nichts sage und sowas. Und so weiter und so fort. Deswegen versuche ich jetzt hier einfach, ein gutes Team zu haben. Ich gebe mein Bestes, dass mein Team gut ist. Und Balcony? Das ist doch ein nice. Er hat den Pit gekillt. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich habe eine Plan für Balcony. Da könnte mal so ein bisschen die Taktik... Guys. Sorry. Ich habe voll den Mate angeschossen, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich gebe wieder Balcony. Ich denke, dass der letzte hier kommt. Doch nicht. Okay. Na gut, er ist hinten bei City. Ah! Nice. Hört sich auch schon gut an. Ihr wollt ja... Oder fragt... Ihr wollt nicht ständig, aber ihr fragt immer mal wieder, wann ich denn mal wieder ein ungeschnittenes... Spiel machen kann oder könnte. Und... Ich würde es gerne öfter machen. Vor allem, weil meine... Was? Vor allem, weil meine Zeitkosten dadurch stark in den Keller sinken. Wenn ich nicht schneiden muss, ist das natürlich optimal. Ähm... Aber es geht halt nicht immer. Also es hängt natürlich vom Spiel, aber es muss... Das Spiel muss passen. Wenn ich totaler Upfucker drin habe, einer lieft, drei wollen Surrendern, dann hat das keinen Sinn, da durchgehend aufzunehmen. Oder das war jetzt halt die schlimmste Möglichkeit, die möglich ist. There's no Flash. Nein, okay. Ich smoke one of City. Jetzt, glaube ich, eine. Naja, ich geh hin. Pop down. Another one. This side. Oh, nice. Alter, er steht auch. Sie haben wie... Da hinten einfach gestackt. Okay, aber ich glaube, die Jungs machen das. Ah, nee, mach langsam. Ist da eh der Letzte. Wombe liegt jetzt. Oh! Hat er den weggedrückt. Alle die Waldfee. Da haben die einfach gestackt, da hinten. Oder gewartet halt. Gekuschelt. Richtige Gaune. Thanks. Ja gut. Wenn, dann nehme ich halt... Ah, er hat mir sogar meine zugeworfen. Na jo. Nice. Dankeschön, dankeschön. Gut, dann werde ich auf jeden Fall... Also, ich glaube, ich mache jetzt doch nie die CZ... Also, ich wollte ja eigentlich die CZ spielen. Aber dann haben viele gesagt, die Nachladegeschwindigkeit oder... Nee, die Zieh- oder Zückgeschwindigkeit ist sehr langsam. Und ihr habt recht, es dauert ewig, bis man die hat. Ich habe jetzt sogar einen Firefight verloren aufgrund dieser Wechselzeit. Und jetzt dachte ich mir, gut, dann versuche ich vielleicht doch die P250. Die ist ein bisschen schneller am Start. Und gefällt mir natürlich auch sehr gut. Wobei ich die CZ jetzt auch nicht wirklich ausgiebig getestet habe. Also, die drei, vier Mal, wo ich sie getestet habe, da war sie bis auf einmal sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, das Teil. Kann ich nicht leugnen. Nee, I'm it. Nice. Oh, die Jungs rocken. Ich denke, dass der gleich da unten kommt. Komm, put, 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 put. Letzter muss da sein. Oder halt second mit, ne, und irgendwo im Haus. Aber das erlaube ich ihm nicht. Kann er schon vorbeigelaufen sein? Ich glaube nicht, oder doch? Tje. Übrigens, ja, ich bin leicht durchsichtig. Das weiß ich. Das habe ich auch so in Kauf genommen. Ich nehme schon die ganze Zeit auf und habe so ein Jäckchen angehabt, weil mir kalt war. Und jetzt, ich habe halt jetzt beim Ausziehen gemerkt, dass ich ein grünes T-Shirt drunter habe. Ist aber nicht tragisch. Na gut. Habe ich gesagt? Ne, habe ich nicht. Das passt schon. Ich glaube, ich behalte die immer noch, die um. Also, es ist ja wirklich bombastisch, was hier so geht mit den Mates. Ich habe jetzt überhaupt nicht zugehört, wen sie wollen. Und fühle mich deswegen auch nicht schlecht. Warte mal, ich mache das Spiel noch einen Ticken lauter. So, vielleicht, wenn ich die Gesamtlautstärke anhebe, hebe ich auch den Sprachsaunt an, oder? Oder ist das das Einzige, was man nicht mit der Gesamtlautstärke anhebt? Doch, 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 doch. Come on, Gars, Winnie. Ah, jetzt haben sie es natürlich gekauft. Ich hätte es vielleicht doch kaufen sollen. Habe ich dir mal eine kleine Smoke gelegt? Habe ich rausgehauen, Mans and Girls. Mans and Girls, da sagt man das. Ja, ich, äh, ja. Man versucht mal zu... Ja, hier ist City Smoke. Flash City. Okay, Jungs, könnt ihr bleiben? Sehr gut. Nein, zwei... Two City. One is low HP. Shit, da war noch einer rechts gestanden. Egal, egal. Die spielen sehr, sehr geil. Die warten schön, die lassen sich auf nichts ein. Ich dachte eben, ich kann den holen, ne? Weil der hat auf die Mates geschossen on spot. Das heißt, auf mich hat er erstmal keinen Fokus. Ähm, aber dass dann ein zweiter in der Ecke steht, damit rechnet natürlich keiner. Ich habe mir selbst drei Damage gegeben. Habe ich mit Absicht gemacht an der Stelle, um das zu erwähnen. Shit, wie habe ich das gemacht? Womit? Habe ich irgendwas genadedet und habe mich dann selbst weggenaded oder so? Naja. Jetzt habe ich ja Cash. We don't need. Oh, jupi. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hab mich verkauft. Da muss ich jetzt durch. Scheiß auf die Scout. Das war ein bisschen wild. Egal. Egal, die... Was kostet die Scout? 1.700? Das ist für uns Gewinner nichts. Habt ihr B gesagt? Scheiße. Ich laber auch zu laut. Ich höre die halt einfach nicht, wenn die erzählen. Ich kann sie nicht hören. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. Auch als Profi muss man die Mates nicht immer hören. Gisela? Meins, 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 meins. Gisela? Wir sind Gisela gerade hingelaufen. Wollt ihr mit ihr mitlaufen oder was? Das ist doch schon mein Huhn. It's my Houn. Okay. Ich warte hier, bis die Mates ein bisschen auf Short durch sind. Oh, shit. One Graveyard. Graveyard is down. Habt das gesehen, wie's geht? Geht er. Er könnte jetzt hier close sein. Ich hoffe nicht. Och, wie hab ich den gerade gemollied? Wie ein Prinz. Er ist, er ist, er ist was? Slow HP. Nice. Fuck! Ich hab so erwartet, dass er da steht. Und er steht da. Und ich geb ihm 88. Keine Ahnung. Überleg mal, der schießt immer mit einer AWP. Könnt ihr die Deagle killen, die da in der Library ist? Genau, oder? Zumindest die Fenton. Ich schieß mit einer AK. Mit einer AK schieß ich einem in den Bauch. Und er... Das ist ihm sowas von egal. Das tut gar nicht weh. Das tut gar nicht weh. Ich bin letzt, aber egal. Ich fühle mich trotzdem so, als hätte ich viel für den Team Sieg beigetragen. Auf jeden Fall. Okay. Na, ist schon ein guter Job. Hat er schon gut gemacht, ne? Naja. Ich hätte auch gern mal einen guten Job. Nice und so. Hallo? Darf ich das einmal? Can you do, please? Thanks. Ja, ich muss die reichen Freunde auch mal um was bitten. Ich denke, die P250 ist schon eine schlanke Entscheidung. Das ist eine schlanke Entscheidung. Ich wollte Deagle auch so ein bisschen. Ich habe die Deagle auch wieder reingemacht. Revolver hatte ich ja eine gewisse Zeit drin, aber ich komme im Revolver einfach nicht klar. Wenn er die sofort schießen würde, dann wäre das was anderes, aber dieses Kacken, das Spannen des Hahns, das... Half-HP ist in Ordnung. Ach, jetzt habe ich doppelt gesmoked. Fleisch und Bing. Okay. Jungs, wir können ran. Ich habe geflasht. Fünnchen, bleib hier. Chill, chill. Habe ich dich jetzt? Ja, ne? Gut. Ich bin mir sicher, dass da hinten einer steht. Und der frisst jetzt erstmal schön. Wer hat die Bombe? One spot. He's down. Da ist noch einer. Both down. Da ist noch einer, Construction. Construction, no? Ah, er gibt mir. Ich hätte nicht hingehen sollen. Ah, nice, nice, nice. Er gibt mir echt... Er drückt mir... Wie, good job Orange. Könnt ihr mal sagen, good job Killer oder sowas? Ich habe auch einen Kill gemacht. Die hassen mich. Orb on the ground? No, no, no. Go, bier. Ich glaube, die hassen mich. Good job. But not Killer. He's not making a good job. He's a bad job. Ah. Ich bin ein schlechter Job. Das ist ein Aslami-Pair-Boden, boys. Greift ruhig zu. We troll. We troll. Ach so, weil ihr mich nie lobt. Tut gut, habe ich schon verstanden. Ist ein Orb und Pferd. Dann weiß ich ja Bescheid. Nee. Nee, nee, nee. Ich lasse erst mal die Natives fliegen. Ja, jetzt komme ich. Achtung. Easy-Experience. Jungs, was war das für eine... Was war das für eine... Wir machen andauernd eine Doppel-City-Smoke. Was ist das für eine Scheiße? Oh. Bordel-Geo. Hühnchen. Meins. Gisela, wo gehst du hin? Goizela. Incoming. Ah. Die haben mich die ganze Zeit nicht gehört, glaube ich. Weil ich das Mikrofon... Klar mache ich da keinen guten Job, wenn ich das Mikrofon oben habe. Logisch. Na, wie willst du mit jemandem im Auto fahren, wenn er nicht in deinem Auto sitzt? Where? Okay. Ich gebe dir einfach keine Info. Ah. Ah. Ich ist onside. Behind Boxes. Genau da, mein Sohn. Ja, ich hätte warten sollen, aber... Purple hätte auch schon draußen sein können auf dem Bums da hier, ne? Auf dem Balcony, ne? Ha. Wenn ich denen jetzt so direkt zugucke, spielen sie gar nicht so gut. Frage ich mich, wie die das die ganze Zeit gemacht haben, dass sie so gut sind und ich irgendwie letzter. Aber hey, 7-0. Besser kann es nicht laufen. Guck mal, ich habe... Gut, ich habe 5 Kills, der erste 10. Das ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Can you drop, please? Ja, thanks. Ach, komm, ich lasse die Bombe mal liegen. Ich wollte sie gerade aufheben mit ihr. Kann man die nicht picken. Scheißding. Muss man drüber laufen. Now play careful. Hab ich das gerade richtig gehört? Soll ich Karre Fully spielen? Gut, gut. Spring ich mal careful in die Tür rein. Ich bin mir sicher, dass da einer spitzelt. Aber zwar! Doch nicht, schade. Aber weißt du, was ich mir einfach nicht nehmen lasse? Ich wollte gerade sagen! Das eine, ich habe einfach durchgeschossen. Through the Blooming Tap. Oh, da ist einer in Apartments drin. Mate, chill deine Unterwäsche. Ich gehe kurz hier nicht, dass der von da kommt. Okay. Mitte steht einer. Ja, grüne. Okay. Ich gehe jetzt lieber da oben rein. Ist Purple jetzt schon durchgelaufen? Ja, da ist, er ist da. Okay. Dann gehe ich jetzt doch hier hinten lang. Ha! Schwere Entscheidung. Wir haben einen verloren. Die sind noch zu fünft. Ich denke, Purple und ich hoffen jetzt einfach mal drauf, dass die auf B ein bisschen Radau machen und wir dann auf A gehen können. Hat mich nicht gesehen. Shit. Jetzt müssen wir ran, ne? Männer. A oder B? Wo do you want to go? Go A. Okay. Ja, aber ich brauche schon ein bisschen Backup, Jungs. Er hat mich gesehen. Dieser A on spot. Purple, go A. Und er bleibt einfach in dem Verschiezenhausmeister-Bumms stehen. Guck mal, da war gar nichts. Natürlich. Wir sind natürlich bescheuert, ne? Ist ganz klar. Ich wurde ja gesichtet mit der Bombe im Apartment. Wird mich ja sicherlich angesagt. Da wird auch jetzt keiner mehr auf B sein. Wenn die Bombe eh angesagt ist auf A. Miss you orange. Oh yeah. In den Bauch. Ja, ja, genau. Geh einfach safe. Ha! Ein kleiner Schlag, aber wir lassen uns hier nicht durchrütteln. Das wird ein easy win. Ich habe jetzt auch no cash. Mikro, please. Thanks. Da habe ich wieder eine Waffe bekommen. Nettes Team. Ich muss die ein bisschen lauter machen. Befürchte ich. Okay, guys. We go B. We go B. We go B. Wait, 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 wait. Fuck. Er sprengt einfach die ganze Crew in die Luft außer mich halt. Weil ich ja nicht so cool gehöre. Ich mache ja nie einen guten Job. Also von daher. Ich verstehe schon. Purple, ne? Na ja. Troll und so. Sollen wir fast auf B gehen? Aber ja. Nicht so fast. Das war unser Plan. Ach. Ich schmeiße jetzt keine Smoke mehr da hin. Die Mates smoken ja auch jedes Mal. Watch behind me, please. Want a CT? Okay. Na ja, die war natürlich jetzt brillant. Also meine, meine Molly. Die Smoke ist da eher, sollte da eher liegen wie meine, wie meine Molly. Alter, bin ich auch gerade noch abgefackelt zusätzlich. Stimmt, war ich gerade im Feuer? Ich dachte, das ist super. Was brennt denn da rechts? Ne, mir brennt da das Team. Ich bin abgebrannt ein bisschen. Oder halt angebrannt. Angebrannt. Oh, der war schön. Na, da ist noch einer Onspot. Hast du schon recht. Ähm. Er könnte jetzt echt von CT schön aufräumen, aber ich würde über rechts gehen. Ich bin mir sicher, dass rechts irgendwo einer steht. Nicht? Okay. Na gut, die haben keine Orb. Oder doch? Also als Orb würde ich CT da stehen, wenn ich CT wäre. CT-Mensch. Ähm. Banana, banana. Banana, genau. He's 40. Und der andere ist da. He's 40. Es ist 40? Oh! Oh! Nice! Was für ein Time. Schön, dass das Time mal auf unserer Seite ist. You should rush him. Ne, also ich finde es aus. Nice. Oh, er stand schon da. Er ist vorgeschlichen komplett, ne? Ich hab ihn nicht steppen gehört. Puh. Richtig nice. Richtig nice, Mann. Okay, äh. Äh. Ich kauf. Okay, jetzt bestmau. Ich muss ein bisschen mehr reden, damit die auch sagen, good job. Good job for your talking, Yellow. Good job. Guck mal, ich hab sogar die Bombe. Das heißt, ich kann jetzt den allerbesten Job machen und dieses Huhn sprengen. Good job, Yellow. Yellow Marshmallow. Ja, wir gehen jetzt auf den First Kill. Da geh ich eigentlich gerne Apartments, aber jetzt sind die Maid-Style schon in die Richtung unterwegs. Ich hoffe, er geht auch rein. Wehe, ich werd das von hinten geknallt. Schreie ich. Ah, ist einer gelaufen oder war das ein Huhn? Diese scheiße Hühner, Mann. Die spielen gegen uns. Nein, Apartment. Okay. Ah ja, Apartment. Ach komm! One is paid. He's tagged. One is chicken. Und dann drückt er mir einfach so hart. 132 in zwei. Ha. Chicken. Chicken spielt. Mal schauen, was das Chicken macht. Is he in? Is he going? Is he love? Das ist natürlich eine brillante Flash. Geil, Mann. Damit kann man Pit flashen, oder wie? Hab ich nicht gewusst. Habt ihr euch die gemerkt? Das war eben mein offizielles Flash Pit... Tutorial für die Pit Flash. Schön merken. Nächstes Mal frage ich das ab. Gibt auch Noten dann. Hm? Die Versetzung ist gefährdet. Könnt ihr mir mal glauben. Ach, scheiße. I can drop. Äh, yellow. Thanks. Jawohl, ich dachte kurz, der eine glaubt mir das, aber der hat mir das nur gegeben, weil er voll der freundliche Mann ist. Ich muss jetzt ein bisschen was machen. Ah, ich bin vorletzter. Hat er ledigt. Hat er ledigt. Wenn man nicht letzter ist, ist alles gut. Da sind sie zufrieden, die Bungard. Guck mal. One shot, one shot. Scheiße. Bam, 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 bam. Ich hab das Gefühl gehabt, dass da einer ist. Was? Der Molly trifft mich volle Pulle, aber ich sterbe währenddessen. At least two banana. Hop, hop, also jetzt. Das hat mich dadurch weggelackt. Da konnte ich jetzt wirklich nicht viel machen. So wie ich es versucht habe, ihn wegzulacken. Vielleicht hab ich ihn ja sogar gehittet. Nämlich nicht. Er gibt mir einen Heller durch die verschissene Smoke. Aber so, ne? Mhm. Naja. Das sind kleine Luggers. Da sind doch mindestens zwei Penene. Ich denke, dass sie sich noch zurückhalten, aber... Wahrscheinlich wird einer gleich so ein bisschen gucken. Jawohl. Ja. Ey, Long, komm. Geh raus, blau. Und Right-Set ist auch einer. Ist natürlich ultra billig, ne? Shit. Ich gucke da schon, B. Bist du verrückt? Forst, hab ich das richtig gehört auf seinem Mund? Okay, Bra, ich bin an deiner Seite. Mit der Oxid Blaze. Dude. Jetzt drück ich die krassesten Headshots. Uh. Jo. Okay. Hier, krasse Decoy für euch. Hopp. Habt ihr es euch gemerkt? Ist sehr wichtig. Ist sehr, sehr wichtig, diese Decoy zu können. Weil damit gewinnt man jedes Spiel. Jedes Spiel. Wo ist denn der Molli? Oh. Nicht mit mir. Ne, ne. Oh. I'm 4 HP. Und er rettet das Feuer. Shit. I'm 4 HP. Fuck. So. Ich geh hin. Oh, nice. Ja, er ist direkt da. Er ist on spot. Er ist tagged. Mit legal. Komm her. Maybe 2 on spot. Scheiße, ich hab's nicht früh genug hinbekommen. Auf ihn zu aimen. Okay. Shit. Tja. Was hab ich ihm noch gegeben? Das war doch ein Headshot. Halt, halt hier. Keine Ahnung, wie das war. Es ist so. Pff. Gespritzt. Ja, das war, das war. Schade, dass er nicht zu mir gekommen ist, der Mate. Also ich glaube, er wurde von Banane gekillt. Jungs, nicht so laut. Ich erzähl gerade. Ich glaube, er wurde von Banane gekillt. Also er hätte vielleicht bei mir planten sollen. Dann wären wir ja zusammen noch so ein bisschen alive gewesen. Aber naja, da kannst du nichts machen. So, sie sind wieder active. Ich kann euch wieder hören. Thanks. Ich wollte gerade sagen, aus diesem Force ist jetzt eine Kaufrunde entstanden. Wie geht denn das? Give him the name, don't follow me. Was? Go mid, second attack to mid. Okay. Komm her, komm her. Gut, gut, wenn sie das meinen. Ich bin ja nicht am Start, ne? Am Start. Oh shit. Da frisst er natürlich schon mal hart von der Orb. Also ich würde gerne in den Ding gehen. Apartments. Ja, ich gehe in mein Apartments, ne? Bevor hier einer rauskommt. Da ist doch sicher einer drin. One is left, one right. Okay. Ich gehe in die Apartments. Okay. Ah, dann gehe ich hier close. Hoffentlich sieht er mich nicht im Pit. Sieht er mich da im Pit, wenn ich da close sitze? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, der Spot ist da. Shit. Pit. Fuck. Also es waren immer noch drei Stück. Wir haben noch keinen einzigen gekillt gehabt. Ich habe die einzigen zwei Kills gemacht, da sind wir gestorben. Okay. You need Pistols or MP? Yes, yes. Pistols. There's a Eagle Pistols. You can. Gönnt euch, Jungen. Gönnt euch doch mal so eine kleine Desert Eagle. Ja. Jetzt hat einer, habe ich jetzt einer zu viel? Ich habe doch vier. Jetzt hat sich jemand alleine eine Eagle gekauft, ohne mich zu fragen. Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Das habe ich nicht erlaubt. Wo ich weit hinten bin, weil ich gekauft habe. Ja, Jungs. Ich habe für euch einen gekauft. Ich war bei Aldi und habe euch da ein paar schicke Eagles rausgesucht. Ein paar Digeletten. Jetzt macht damit was. Kommt. Jetzt will ich wirklich was sehen. Ein paar, wow, krasse Shots. Okay. Two in the upper. Okay. Die mache ich dir natürlich locker weg. Gehen wir zur Seite. Oder auch nicht. Okay. Naja gut. Jetzt müssen wir halt dran, ne? Ist klar. Mate, ich mache das. Oh, ich. Behind. Er ist back in your room. Bad, mate. Shit. Ah, 50. Was, jetzt kommt nochmal die letzte Runde. Hä? Ich dachte, das eben war die letzte. Ihr seid so bescheuert. Warum haben wir nicht so ein bisschen nochmal geäkot? Äh, vielleicht einen krassen Eko-Rush gemacht und dann, voll, voll bei. Guck mal, wie ich jetzt da stehe. Wie so ein nackter Mann. Okay. Ja, lasst uns einfach hier kurz warten, bis die, äh, bis die ihren ganzen Scheiß verschmissen haben. Ihr rennt ja auch rein, wie Wahnsinnige. So, jetzt aber. Run. Jetzt Molly ich direkt schon mal hier ab. Naja, ist eigentlich Quatsch. Eigentlich brauchen wir das für die Action. Den Molly. Wir brauchen wir für die Action. Ich glaube, der City ist vielleicht mittlerweile ge-smoket. Verdammte Scheiße. Ich glaube, der Smoke City. Ja, genau. Geh mal darüber. Ey, ich bin gerade so, ich weiß, ich will gemütlich. Ah, Banana wird ja gewatched von dem Mate. Ja, dann ist es natürlich, ich dachte, Banana wäre offen. Und wir würden beide hier stehen, anstatt dass einer Banana geht. Alles klar, Leute. Okay. Ich gehe B. Nein, 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 nein. Das ist 4 oder 3 B. 3 B, 3 B. Okay, 3 B, 2 A. So, wir haben eine Banana? Ich gehe. So, wir haben eine Banana, Gass? Wisst ihr, 3 Granaten, wenn die wirklich rutschen sind, sind die genudelt. Die sind im Arsch. Fucking in die Aids. Los, schmeißt alles, was ihr habt. Scheiße, Mann. Banana, stopp. Er drückt mir erst mal. Er drückt mir erst mal gemütlich einer rein, ne? Kommt einer her, ich will einen drücken. Oh, schwein. Der left side ist doch bestimmt auch noch einer, mindestens einer. Vielleicht da Klaus? Ne, sonst wäre er jetzt rausgekommen. Jetzt kommen sie schon über City. Also, one City, one Banana. Alles klar. Komm, frisst doch vielleicht mal einen kleinen, aber fein Headshot. Na, also, es geht doch. Guck mal, es ist so einfach. Es ist so einfach, aber er steht da so da und wackelt im Kopf rum wie so ein Dödel. Was? 4A? Habe ich richtig gehört? 4A? 4A? Eiche? Okay. One State, one Arch, one Arch and the Rotation first. Okay, go Arch. I am Arsch! Ich bin dein Arsch! Ich bin so bereit zu rotieren. Gut, der Shit, der Shit aggressive. Die Ansage, ob jemand überhaupt kommt, wäre natürlich hilfreich gewesen. Ob ich an ihm vorbei rushen. 2 HP 1. Okay. Let's die is slow HP. Komm, da macht der Onkel noch einen Kill. 2 HP 1. Okay. Er ist wahrscheinlich im Fuchsbau, nehm mich an. Bin mir aber nicht sicher. Er war im Fuchsbau, ne? Blau? Blau ist Chicken? Ja, er war im Fuchsbau. Wie heißt das? Wie sagt man dazu auf Englisch? Was für einen englischen Call hat das? Der hat's gesagt Rex oder so. Go Rex. So 4B? Äh, 4A? Again? Ja, take, take, take. Boost me flowers, B. No, no, no. Take position. 2B. 3B. 2B. 3B. 2B. I boost you. Yellow. Hab ich dir schon abgenommen, das Denken, mein Sohn, ne? Ciao, ciao. So. Okay. Lass mich mal gerade mal gucken. Oh! Ich bleib ja schon weg, ist gut. Krass, wie abgehen. Er ballert damit in der... Oh nein, ich hab diesen blauen Fehler hier. Ich müsste eigentlich kurz raus tappen. Naja. Ich geh auch hoch. Oh, go away, go away. Oh, no, no. Bomb is down. What can you be farmers? Let's go. Banana is coming? Banana steps? Ich sag doch. Weiß ich sag ihm, Banana is coming und er... Steps. Steps to the fucking Benini. Und da hört man mich wieder nicht. Doch, man hört mich. Doch, doch. Ich hab's auch an, oder? Ja, doch. Es ist alles an dir. Ich hab ja vorhin auch nachgefragt. Er hat ja auch geantwortet. Ein paar Mal hatte ich das schon oben und dann hört man mich halt nicht, ne? Weil... Ja. Ja. Spiel doch ruhig zicken. Hier. But I don't wanna play farmers, I wanna play umpe. Umpe pumpe. Rumpel pumpe. Rumpel pumpe. So. Erst... Molin. Und danach rauscht den 8-9. Dann geh ich kurz gucken. Und wehe mich trifft er mit der Deak. Ja. Scheiße. Jedes Mal das gleiche. Achso. Oh. Einer ist... Einer ist gestorben von uns. Wahrscheinlich der Mittelspieler. Okay. One is banana. He is coming. Maybe two could be careful. Two banana, two banana, one low HP. E. Hat er mich gesehen? Ich glaub der wusste, dass ich da... Also ich glaub er hat mich gesehen. Beim Picken. Äh Pieken. Beim Pinkeln hat er mich beobachtet. Sonst wär der nicht so krass auf mich gegangen, oder? Oh, es ist sogar B geworden. Ich hätt mich richtig verstecken müssen. Schön, dass sie... Ja. Dass sie erstmal planten können. Jawoll. Noch die Rübe erwischt. Ich hab das erst der einzige gewesen. Oh, ne ist denn noch... Ist denn noch... Er hat erst einen Kill gemacht. Einen einzigen haben wir erst... Bekommen eben. Immerhin arbeite ich mich langsam nach oben. So was? Go to A? Ne, 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 ne. Wir pushen doch nie. Hm. Need a boost again? No, no, no. Oh gut, gut. So. Ja. Ja, nein. Immerhin hab ich einen Kill gemacht und ich hab... Ich hab nur zwei Damage bekommen und einen... Und einen, äh, hier... Meine Rüstung ist ein bisschen zerkratzt jetzt. Minimale. Nee, Flash. So, ich will hier oben stehen. Wie ein König. Oh. Vielleicht sollte er rotieren. Ich denk das. Die verschieben und auf A gehen. Steps am Banana. Ja, die legen die. Gut. Aber es scheint noch einer auf A zu sein. Sobald ich die Bombe sehe, springt ich rüber. Aber jetzt rotieren sie, oder? Wartieren sie jetzt? Wartieren sie jetzt? I don't know where. Okay. I can rotate over CT. Oh, CT könnte einer sein. Short war die ganze Zeit offen. No, what the fuck. No, what the fuck. I shot. Das war schon mal her. Er hat dann schon fast gefunden. Jetzt habe ich mir noch in der Zeit. Ich bin einfach in der Zeit. Die Jäuse. nice let's go orange hat er gerade let's go orange gesagt orange let's go go outside will er ihn nicht mehr dabei haben der hat doch gerade meinen hintern gerettet aber drei stunden bank jetzt also ich bin gerade ich habe man merkt ich habe so richtiges hoch ist es läuft gerade so gut ich bin froh darüber dass hier die die durchgehende aufnahme läuft bzw ich habe vorhin tatsächlich ein technisches problem gehabt meine mein voice war einfach nicht mehr mit dabei also ich habe freunde komplett das overwatch fertig gemacht und dann war mein voice aber ab der hälfte einfach nicht mehr vorhanden ein mikrofon stecker scheint rausgerutscht zu sein oder so keine ahnung nein wo hat er denn die scheiß molly hingeworfen ich dachte er hat den molly da vorne hingeschmissen wo ich ihn also wo man ihn hinschmeißt dass ich nicht durch können okay das war natürlich ein fail vom mail da kann man nichts machen ganz klar guck mal so schnell verliert man die gesamte runde weil wir beide ich weiß nicht jetzt warum er genau gestorben ist er war vielleicht auch einfach übermannt von dieser macht der gegner naja was ich aber noch eben noch sagen wollte also technische fehler haben wir gerade nicht am start meine voice wird durchgehend aufgenommen das freut mich sehr und er ist tot wir haben einen und fünf naja und ja es läuft einfach gut ich habe schon einige also viele viele meine aufnahmen oder naja nicht viele aber ich sage mal mindestens doch eher so also ein bisschen was über 50 prozent der aufnahmen sind eher schlecht also da laufen die spiele schlecht da hatten wir einen querulant im team der der nervt oder jemand der ich habe keine ahnung was wir machen ich habe jetzt meine rede ach so ja mal ist jemand kacke dabei der sich einfach blöd verhält oder das spiel ist einfach so schlecht oder ich habe schon spiele gehabt da bin ich einfach so schlecht da habe ich nach zehn runden null kills dann fühlt man sich nicht so gut um ein durchgehendes durch kinder aufnahme zu machen da ist es dann einfacher die die besten stellen daraus zu nehmen und das war's warum gegen gerade wieder b ich dumm was ja naja da werde ich geflasht mit da ja da wusste ich jetzt genau dass er kommt wegen der flash die er da so geschickt über die wand geworfen hat ich komme ich gehe auf die banana just wait i got the fuse last banana he's tagged oh my god jungs wie standen die kollegen dass sie so schnell also ihn hat man ja eben gesehen haben wie stand der andere oh leute es sieht echt gerade blöd aus mit dem mit dem leier hier warum musste er dauernd kaufen ich bin der einzige der defuse hat ich weiß man kann nicht sagen wir sind doch immerhin auf dmg da muss man gescheit spielen und sowas weil die die rangs also auf supreme und sicherlich auf global gibt es ab und an leute die einfach bescheuert sind aber es nervt einfach dass wir dass wir jetzt so ein paar runden gedrückt bekommen ich hoffe wir bekommen nicht sogar den lose reingedrückt oder so ich hätte jetzt hier sehr gerne den win gespielt wir müssen einfach ins eco nach der runde also vor allem wenn wir sie verlieren bananas clear one is lower mid also fünf gegen fünf komm i'm going mid bitte nicht kommt nicht incoming einer batiste erst der hat gerade eben die flash geworfen ach scheiße okay der drückt mich weg scheiße we need echo ne yes yes chicken hat auch eine gedroppt ne läuft gut maybe rush b again ich habe jetzt keine dingens gekauft keine kevlar und wenn jetzt die nades kommen sind wir gebums vor allem wenn eine brandgranate kommt scheiße rotet 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 geht auf geht auf shit 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 aber egal wir haben jetzt gecko nächste runde können wir dann warum hat denn der eine nur 800 zeig mal was ist denn jetzt mit dann hat er jetzt einfach keine waffeln rumgelaufen vielleicht kann vielleicht kann jemand für ihn droppen aber ich droppe auf jeden ach so ich guck mal wenn ich alles gekauft habe und dann noch genug geld übrig ist können wir darüber sprechen 3 gegen 2 gerade geht es sogar komm schon bitte mach nice nice okay wenn sie die runde holen dann hat sie es komplett erledigt wer hat die runde gekauft über wen habe ich mich aufgeregt mister war es oder war es liar ha jetzt gehen sie beide von short sowas verstehe ich ja auch nicht genau wenn man da wirklich zusammen geht also auf eine posi man sollte da einer lang einer short oder einer oben in one pit wow keine ahnung wo der herkam komm du kriegst hin du kriegst hin du kriegst hin du kriegst hin geh ran geh ran ja nice ja nice das war eigentlich eine gute runde warum bin ich eigentlich nicht die hier aber ich bin zweiter im moment oder jetzt mittlerweile hallo könnt ihr nicht mal sagen irgendwie hey nice yellow you good hero to me i love you yellow maybe we can have kids to use it dann kann ich einfach höflich sagen nein aber danke ne let's molly them ok yes weiß ich 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 will eine aktion machen bei der ich möglichst schnell da sein muss wo ich wo ich eben hin will so jetzt kann ich es wieder vergessen wenn man da wahrscheinlich scheiße gemollied hat ajo gehs an so mollied man dass man da nicht durchrennen kann heidenei place low let them come just let them come wir haben wieder eine orb die schniedeln da ordentlich rum auf bums brunsbüttel ich stelle mich jetzt hier hin und warte ok ich denke orange kriegt den ersten und sobald dann noch einer da ist nice bitte jetzt geh nicht weiter oh mein gott wird das gleich tot oder chicken keine ahnung ok warte im kern ja nur noch zwei easy die kommen jetzt bei einer und wir legen die mein kopf juckt kommt her kommt her oh shit oh shit wartet einfach wartet just let them come on spot kommt schon jungs bitte geht jetzt nicht geht jetzt nicht vor nice also letzter hat AWP und steht wahrscheinlich bei T-Stairs oder so oder hier irgendwo in Richtung Penene nice es läuft es läuft ich bin zufrieden im so zufrieden right now ne dann kann ich mir ja auch direkt nochmal hier doch die 5-7 gönnen ne das mit der ähm ne die dinge meine ich ähm ok ich mache auch einen molly verdammte scheiße ich mache meinen molly ok der kann deep rein molly wenn er will aber ich muss jetzt hier molly hier genau da so siehts aus ja gut war sogar nice man er molly deep rein oh sorry ok what the fuck fuck come here yellow yes ok noch jemand hat er so haben wir ja grad einen Hirnschlag oder was so was war denn das grad eben ich muss zugeben ich glaub ich bin am Anfang nicht aufgestanden aber später ist er nicht ist er nicht hin hab ich grad nur eine Blume abgeschossen geht das auch? ne später ist er nicht hochgekommen jawoll bomb down es ist nur noch einer Penene easy ich bin vorletzter jetzt what ich muss noch einen killen geht weg geht weg maybe reds no reds maybe he is he is 20th spiel second man yes komm ah zweiter huhu nice man sehr schön insgesamt gar nicht so extrem abgeräumt also 19 kills schon nicht schlecht auf gar keinen Fall aber jetzt im direkten Vergleich zu den Spielen auf Gold Nova Master ist es natürlich lächerlich ja aber hier ist auch der Rank ein bisschen höher ja ich bin sehr zufrieden ich hoffe euch hat das gefallen hier bei euch auf jeden Fall also Daumen hin und her Heuchlerei hier brauche ich die Daumengeschichte um zu sehen wie gut euch diese ungeschnittenen Matchmakings gefallen ihr fragt mich ab und an danach ich bin aber eigentlich groß geworden mit den geschnittenen Matchmakings und das ist halt die Frage kann man sowas zwischendurch mal raushauen oder sogar noch öfter oder nur selten oder gar nicht wie habt ihr es wie findet ihr es so wie findet ihr diese ungeschnittenen Sachen bei denen meine Haare ganz platt sind wie findet ihr das so ja also auf jeden Fall dass ich das sehen kann oder auch ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben zusätzlich noch und ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten hallo hallo macht's gut bis zum nächsten Mal ciao ciao